Die Historiker zählen zu meinen absoluten Lieblingsphilosophen. Es ist aus meiner Sicht faszinierend, wie ihre Gedanken und Prinzipien heute genauso relevant sind für persönliches Glück, inneren Frieden, Freiheit und ein gutes Leben wie vor knapp 2000 Jahren. Ein Anhänger historischer Prinzipien hat übrigens nichts damit zu tun, ein langweiliges Leben zu führen oder keinen Spaß zu verstehen oder zu haben, wie es eventuell ab und an missverstanden wird oder werden kann. Es hat viel mehr damit zu tun, durch bewusste Prinzipien, durch logisch abgeleitete Handlungs- und Denkweisen ein gutes bzw. tugendhaftes Leben zu führen. Die historischen Tugenden sind etwa Weisheit, Gerechtigkeit, Mut, Mäßigung. Was ich ihr also mit gutem Leben meine, ist ein Leben, das einem persönlich Erfüllung und Glück bringt und gleichzeitig für die Mitmenschen Vorteile bringt bzw. dass ich ein Leben führe, das meine Mitmenschen nicht belastet, sondern bereichert. Die Historiker befassen sich mit zwei zentralen Fragen. Erstens, wie kann ich ein erfülltes und glückliches Leben führen? Und zweitens, wie kann ich ein guter Mensch sein? Sie haben inneren Frieden zum Ziel und die Überwindung von Leid, indem sie sich ihren Impulsen und ihrer Natur bewusst werden und Selbstkontrolle üben, Bewusstsein üben. Das ist übrigens etwas, was mich auch fasziniert, dass die Stoiker mit ihren Prinzipien eng mit fernöstlichen buddhistischen Philosophien harmonisieren, zum Beispiel in Punkten wie der Erkenntnis und Akzeptanz der Vergänglichkeit aller Dinge, dass es wichtiger ist, sich selbst und seine Anschauung zu ändern als die Welt, dass der momentane Augenblick das jetzt der wichtigste Punkt ist in der Zeit. Es gibt hier wirklich einige interessante Parallelen. In diesem Video möchte ich, wie gesagt, aber auf drei Prinzipien der Stoiker eingehen, die mich an dieser Philosophie am meisten begeistern. Als Lehrer dienen hier vor allem drei Philosophen. Epiktet, Markus Aurelius oder auch Mark Aurel genannt und Seneca. Von den letzten beiden gibt es übrigens zwei richtig, richtig gute Bücher, die jeder gelesen haben sollte, und zwar Meditationen von Mark Aurel oder Markus Aurelius und von der Kürze des Lebens von Seneca. Zwei mega gute Bücher. Nach dieser Einleitung also kommen wir zum wesentlichen Teil dieses Videos. Prinzip 1. Konzentriere dich auf das, was du kontrollieren kannst. Du hast die Macht über deinen Geist, nicht über Geschehnisse außerhalb dessen. Erkenne das und du wirst Stärke finden. Markus Aurelius. Ich glaube, dass so viel persönliches Leid, Frustration, Irritation etc. davon herrührt, dass wir uns über Dinge, die wir nicht kontrollieren, Gedanken machen, beziehungsweise uns daran aufreiben, weil wir eben keine Kontrolle darüber haben. Wer ist an der Regierung? Welche Entscheidungen trifft diese Regierung oder die Politik? Wie ist das Wetter? Oder meine Firma entlässt mich aufgrund von wirtschaftlichen Problemen. Eine geliebte Person stirbt. Mein Vermieter erhöht die Miete. Ich habe einen Verkehrsunfall und mein Auto ist kaputt. Haben wir über diese Dinge, die ich gerade genannt habe, in diesen Beispielen, wirklich Kontrolle? Bei vielen der Beispiele haben wir keine Kontrolle oder nur bedingt Kontrolle. Indirekt vielleicht, aber nicht direkt. Keine direkte Kontrolle. Das Einzige, was wir immer unter Kontrolle haben, in jedem Moment, das wirklich Einzige, sind unsere Gedanken, unsere Einstellung und unser Handeln. Mehr nicht. Nur das kann ich wirklich beeinflussen. Heißt das, dass wir, oder heißt das, dass mir alle anderen Dinge egal sind oder egal sein sollen? Nein, überhaupt nicht. Aber es bedeutet, dass ich mich deshalb nicht aufrege, dass ich jene Dinge, die ich nicht kontrollieren kann, oder dass ich jene Dinge, die ich nicht kontrollieren kann, akzeptiere und mich allein auf die Dinge konzentriere, die ich beeinflussen kann. Heißt das auf der anderen Seite, dass ich nicht danach streben sollte, die Welt zum Guten zu verändern? Nein, auch das heißt es nicht. Aber ich kann die Welt wirklich nur dadurch verändern, indem ich mich darauf fokussiere, was ich beeinflussen kann. Meine Gedanken, meine Meinungen, meine Äußerungen und meine Handlungen. Die Stoiker lernen zu akzeptieren und anzuerkennen, was außerhalb ihrer Kontrolle ist. Sie bemühen sich um eine angemessene Reaktion darauf. Denn das wiederum steht in ihrer Macht. Daher kommt auch die stoische Gelassenheit. Die Fakten akzeptieren und nicht aufgeben. Es gibt auch ein bekanntes Zitat, das in die Richtung geht von Reinhold Niebuhr, das auch Einzug bei den anonymen Alkoholikern hält. Und das diese stoische Philosophie zusammenfasst oder gut erklärt. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Prinzip 2. Stell dir vor, wie schrecklich dein Leben sein könnte. Denke lieber an das, was du hast, als an das, was dir fehlt. Suche von den Dingen, die du hast, die besten aus und bedenke dann, wie eifrig du nach ihnen gesucht haben würdest, wenn du sie nicht hättest. Dieses Prinzip hat zwei Komponenten. Erstens, es macht keinen Sinn, sich negativ damit zu befassen, was man nicht hat. Und zweitens, es macht Sinn, sich vorzustellen, wie es wäre, wenn einem jene Dinge, die man hat, fehlen würden. Es ist doch so leicht, unglücklich zu sein. Es ist so leicht, all das zu sehen, was andere vielleicht haben und man selbst dagegen nicht hat. Und es ist viel, viel, viel schwerer, sich zu vergegenwärtigen, was man bereits hat. Wie gut es einem doch wirklich geht und wie schlecht es sein könnte auf der anderen Seite. Stell dir doch mal vor, du wärst obdachlos, wenn es bitterkalt ist. Stell dir vor, du könntest wochenlang nicht duschen. Stell dir vor, jemanden, den du liebst, wäre nicht mehr da. Du wirst sehen, du wirst diese Bestandteile deines Lebens umso mehr schätzen. Und aus dieser Haltung, aus dieser wertschätzenden Haltung im Sinne von, ich bin froh und glücklich und freue mich darüber, dass ich etwas habe, aus dieser Haltung wirst du mehr positive Dinge anziehen. Am Ende ist es doch so, dass wir nichts besitzen. Und das geht in eine andere Richtung, aber es ist auch ein stoisches Prinzip. Es hat damit zu tun, dass wir nichts wirklich haben und alles nicht wirklich unser ist. Haus, Geld, Beziehung, alles ist nur von der Welt oder dem Universum sozusagen geliehen. Und es kann jederzeit weg sein. Prinzip 3 Werde dir der Kürze deines Lebens bewusst. Lebe so, als müsstest du sofort Abschied vom Leben nehmen. Als sei die Zeit, die dir geblieben ist, ein unerwartetes Geschenk. Markus Aurelius Und Seneca ergänzt, welche Verspätung mit dem Leben anzufangen, wenn man aufhören muss. Der Tod kann uns ein großer Lehrer sein. Die Historiker meditieren über den Tod, über die eigene Vergänglichkeit, über die Kürze des Lebens. Die flüchtige Natur unserer Existenz ist aber nichts Bedrohliches, sondern sie kann uns befreien, weil wir realisieren, dass viele Dinge, die wir ach so wichtig nehmen und die uns belasten können, völlig egal sind. Und weil sie uns lehrt, dass wir uns besser auf den Teil der Ewigkeit fokussieren sollen, den wir alleine immer nur haben. Dass wir jetzt ehrlich und aufrichtig und authentisch und mutig und gerecht und liebend und gütig sind. Wir haben nur jetzt. Wir leben nur jetzt. Wir werden irgendwann nicht mehr sein. Und was bedeutet das überhaupt? Nutze die Zeit, die du hast. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich. Ich hoffe es wirklich. Die Historiker sind schon ein besonderer, cooler Haufen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.